Das Ziel dieses Moduls ist die Entwicklung eines marktfähigen und konsumierbaren Lebensmittels. Natürlich ist nicht dieses Endprodukt das Hauptziel, sondern der Weg an dieses Ziel. Auf diesem Weg werden Teamfähigkeit, Interdisziplinarität, Lösungsorientierung und Umgang mit Komplexität gelernt und geübt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was sehr spannend an diesem Modul ist, dass die verschiedenen Vertiefungsrichtungen von Lebensmittels der Schaften nach sechs, nach fünf Semestern wieder zusammengeführt werden. Das ganze Know-how, welches sich in dieser Zeit angeeignet hat, umgesetzt wird. Das heisst, man hat am Schluss ein Produkt in der Hänge. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als beispielsweise Arbeit zu schreiben. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.